Ardha Padmasana in Vasishtasana ist der halbe Lotus im Seitstütz, beziehungsweise die Stellung des weisen Vasishtha im halben Lotus. Vom langen Sitz ausgehend bringe den linken Fuß zum halben Lotus, gib dann das Knie auf den Boden und die Innenseite des rechten Fußes auf den Boden. Halte die linke Hand auf dem Boden und hebe den rechten Arm zur Decke hoch. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Die Übung ist oft ungewohnt, schult Gleichgewicht und Koordination.